Ah, hallo, hier war ein Küchler mit Dreh-Tassekoder, aber Prosti-Kanal und so ein geiles Fnaffe-Game. Ich mache euch mal zusammen, Fastbear Night Shift on a Bone. Chapter 1. Ist ne Demo und... Der Sound gefällt mir schon mal cool, ne? Ja, schön, wenn wir nur Musik haben. Hallo? Ich starte mal. Äh, 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 äh. Jo, Enter. Mach, mach hin. New Game. Load Game 1. New Game. Äh, jetzt funktioniert's. Äh, jetzt. Doof und die Bär oder was? Night 1, jo. Night 1, jetzt, pass auf. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Wie gesagt, ist es noch ne Demo. Fastbear Chapter 1, Night Shift on a Bone. Abundant. Abundant booten. Abundant booten. Abundant booten. What? Click. Camera. Not working. Oh. Ist das so Baby oder? Wir haben, was? Generate Power. Ah, da kommen die Power da hoch. Camera click. Ah. Es geht ein bisschen lang. Click. Klick. Klick. Hallo. Hallo. Was ist das? Ah, die. Ihr seht. Es funktioniert jetzt gar nicht. Es funktioniert jetzt gar nicht. Es ist noch ein bisschen buggy, würde ich sagen. Wir haben ja kein Licht. Warum bleib ich jetzt mal hier, ne? Äh, bei 2 war der Generator, oder? Nein, hier war der, äh, wo war der Generator? Generator Power. mal die Power hochhalten. Kamera. Hallo. Äh. Geez. Warte. Ich weiß. Geht er nicht weg, oder was? Bist du gerade nicht weg? Hä? Sie hauen doch nicht ab? Jetzt müsste ja eigentlich die Maske weggehen, aber sie geht nicht weg. Geh doch mal weg! Maske! Man muss hier, glaube ich, einen gewissen Punkt treffen. Um hier überhaupt hier was zu haben, oder? Steh ich euch. Wir haben aber schon halb drei gleich. Es kann sich ja nur noch um Stunden dauern, handeln. Er wird da. Er kommt näher. Er kommt näher. Wo war ich? Ich muss immer die Power suchen. Wen wenigstens geht die Power nicht so schnell weg, verstehst? Er kommt näher. Er kommt schon mal näher, ne? Zu Spongy. Wenn er meint, wenn er meint er muss. Hallo? Es ist halt, wie gesagt, noch eine Demo. Da hätt' man ja einen Nuller hinmachen können, ne? Wie nur? Bei der Sekunde. Wenn's von eins, zwei, drei, ne? Da hat er einen Nuller vergessen. Wir haben die Maske. Wir haben die Maske. Ja gut, wir haben ne Maske. Booyah! Er braucht halt ewig, bis er verschwindet, ne? Unser Fazbear. Danke! Der Fazbear! Wer muss da h感覺 prop action. Auf die Funda gehts dann wie in cover, ne? Z trucs, klar. Glaublich! ZZ Ziemlich Zügig. Kenn das noch? Den Ausbruch ZZ Ziemlich Zügig. Ist ja noch ein bisschen hier den Punktstreffer am besten hier ein bisschen schneller klicken, ein paar mal klicken dann glaubt das an einem Nachbar oder auch nicht oder ich weiß es ja nicht. Aber das sieht gar mal so schlecht aus. Und für die Demo ich meine man kann ja nicht, man soll ja nicht maulen. Man soll ja nicht maulen. Macht man nicht. Na gut. Am besten Doppelklick. Doppelklick hilft. Ja hier der kleine Grinzebär. Creepy. Hier ist das ein Pentagramm. Ich würde mit Sicherheit ein Pentagramm darstellen oder? Oder sowas ähnliches. Nee. Ein Dreieck? Pattabfuck. Da müssen wir gleich da kommen. Wir ziehen wieder die Maske auf. Ola! 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 Chico Baby! Ah, da ist der Facebear, Chapter One, nein, das ist ja auch der Baum, der Bernd, oder wie man es ausspricht, ich weiss es nicht, komm, verschleich die her, mach die von Walker, also wenn es mit Doppelklick, Doppelklick hilft, um wieder zurückzukommen, Doppelklick, dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn. All is easy, noch immer verreckt hier, verstehst? Ah, ich bin schon. Also Doppelklick, Doppelklick, dann funktioniert es auch. Yo, Strike, eh? Oh, Baby, it's good, it's good, it's love. Alright, Baby, alright, Baby, we got it. Ja. Kriegt dich wieder eingehoben. Okay. To be continued. Nein. Es wird fortgesetzt. Ja, Freunde, das war Facebear, Chapter One, Nightshift, äh, Bernden, die Demo, oder wie man, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ganz nett. Hübsch gemacht. Und, was soll ich noch dazu sagen? Ich halte ein FNAF-Hänge, wie so üblicher beim Kanal. Ich bedanke mich bei euch für Suse. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr auf dem Roze-Kanal. Bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare und aktiviert die Glocke. Und, falls ihr noch kein Abo habt, dann wieder auf das Köln drücken, press den Head-Button to subscribe to my channel. The channel I don't know. In diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy your life und Spaß miteinander. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf dem Video in der Glocke. Euer Roze. Bye, bye.